Ich habe einen neuen Boss in den Händen. Warte, jetzt ist es sehr schön. Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding. Ja, eine machen wir. So. Was, was? Hackfleischbärchen in Eizitronen. Ich hoffe, Sie mögen Knoblauch, sonst bin ich geliefert. Jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch... Die Soße in den Ausguss. Die Soße in den Ausguss.